Das Eigenheim im Grünen, das wollen die meisten Deutschen. Doch es gibt ein Problem. Einfamilienhäuser gelten als Klimakiller und beanspruchen viel Fläche, zu viel Fläche. Dann ist natürlich immer mehr eine Verschwendung, das relativ dünn und mit Einfamilienhäusern zu bebauen. Immer mehr Städte und Regionen wollen den Bau von Einfamilienhäusern nun beschränken und zur Ausnahme machen. Wir befinden uns im Klimawandel. Wir können die Fläche nicht mehr in dieser Sorglosigkeit versiegeln. Aus der Traum vom eigenen Haus kommt das flächendeckende Hausbauverbot. Und was sind die Alternativen? Es ist eine Siedlung, wie sie an den meisten Rändern unserer Dörfer und Städte in Deutschland zu finden ist. Einfamilienhäuser, Wand an Wand. In monotoner, funktionaler Einförmigkeit. Autogarage an der Seite, Satteldach, der Boden größtenteils versiegelt. Das wenige Grün, das hier noch geduldet ist, eingezwängt zwischen Kies und Beton. Ein Wohnmodell, das in Münster künftig so nicht mehr in der Fläche vorgesehen ist. Freistehende Einfamilienhäuser sollen hier zur Ausnahme werden. Es ist so, dass wir im Sinne der klimagerechten Bauleitplanung Dichte-Konzepte verfolgen, die natürlich in unterschiedlichen Gebäudedichten und Mischungen einen Fokus legen auf Mehrfamilienhäuser. Dass Einfamilienhaus ein Klimakiller? Tatsache ist, der Traum von den eigenen vier Wänden ist aus Klimaschutzgründen kaum noch zu vertreten. Der Energie- und Wärmeverlust bei freistehenden Häusern mit Abstand am größten. Denn jeder bewohnte Quadratmeter muss beleuchtet und beheizt werden. Auch der Flächenverbrauch ist enorm. Während auf einem Hektar Baufläche 25 freistehende Einfamilienhäuser Platz finden, sind es bei Rheinhäusern bereits doppelt so viele Wohneinheiten. Rund 56 Hektar werden in Deutschland laut Umweltbundesamt pro Tag für Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen. Eine Größe von etwa 79 Fußballfeldern. Wenn ich Einfamilienhausgebiete erschließen will, dann heißt das, ich baue Straßen, ich baue Wasserleitungen, ich baue Strom und sonstige Erschließungsmedien. Und vor allen Dingen brauche ich Infrastruktur und deswegen brauche ich andere Dichte, andere Kompaktheit, aber mit Qualität versehen nicht einfach nur zubauen. Doch der Wunsch nach dem Einfamilienhaus ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Für zwei Drittel aller Deutschen ist es der Wohntraum. Jedes Jahr kommen rund 100.000 neue Einfamilienhäuser hinzu. Anfänge dieses Booms gehen zurück in die 50er Jahre und waren teils politisch motiviert. Adenauer hat in den frühen 50er Jahren das Eigenheim als bewusst antikommunistische Entwicklung verstanden. Also man wollte die Leute fördern, in das Eigenheim zu gehen, gerade die es sich nicht leisten können, damit die nicht so anfällig werden für kommunistische Ideologien. Mit massiver staatlicher Förderung wurden Millionen von Bausparverträgen unters Volk gebracht. Mit ihrer Hilfe werden jetzt immer mehr fertige Eigentumswohnungen und Eigenheime den Bausparern angeboten. Klimaschutz und Flächenverbrauch spielten damals noch keine Rolle. Damals war die genutzte Siedlungsfläche in Deutschland eine sehr überschaubare. Es gab wenig Autobahnen, weniger Straßen, es gab Freiraum ohne Ende. Das war also in dem Sinne kein Thema. Das eigene Heim in der Neubausiedlung am Stadtrand. Es war nicht nur das große Lebensglückversprechen, es bediente gleichsam auch das Bild der traditionellen Familie. Die Frau, die zu Hause das Haus und die Kinder besorgt, der Mann, der in die Stadt reinpendelt und dort arbeitet, all das schwingt dann mit und wurde zu so einer Art Lebensmodell. Und insofern kann man in Studien eben sehr stark mit dem Einzug ins Einfamilienhaus, auch in späteren Generationen, eine Retraditionalisierung feststellen. Fast jeder sechste Deutsche hatte Mitte der 70er Jahre einen Bausparvertrag. Das eigene Haus, ein Statussymbol mit allem, was im Wirtschaftswunderland noch dazu gehörte. Sie konsumieren auf das Haus ausgerichtet, sprich sie kaufen nicht nur eben dann entsprechend den Pkw, um eben pendeln zu können, sondern sie kaufen auch entsprechend alle möglichen Angebote, die in Baumärkten angeboten werden oder in Gartenmärkten. Die weitere Elektrifizierung des Haushalts mit Kühlschränken, Waschmaschinen und so weiter. Und das ist eben auch für die sich entwickelnde Wohlstandsgesellschaft ganz wichtig. 50 Jahre später hat sich vieles verändert. Es gibt Patchwork-Familien, Baugrund ist kostbar, Klima- und Umweltschutz wichtig. Eine Entwicklung, der diese Modellsiedlung in Münster Rechnung tragen soll. Das ist ein Beitrag zur flächensparsamen Inanspruchnahme von Ressourcen, so eben auch Grund und Boden. Und je weiter man in den Außenbereich geht, desto weniger dicht ist die Bebauung in der Regel, desto mehr Verkehr erzeugt man. Und das ist genau die Gegenposition, die wir hier in Münster aufbauen können, verantwortungsvoll, aber eben auch dicht und vor allem zentrumsnah mit Wohnraum umzugehen. Nicht nur in Münster, auch in vielen anderen Städten dürfte das Einfamilienhaus immer mehr zum Auslaufmodell werden. Ein Lösungsansatz, Bauverdichtung. Ein anderer, bereits vorhandene Wohnsiedlungen an die aktuellen Lebensbedürfnisse anzupassen und umzubauen. Dort muss die Musik spielen. Wie baue ich diese Bestände um? Wie mache ich sie zukunftsfit? Wie schaffe ich es, dass der Generationenwechsel funktioniert? Was kann ich dazu bauen, ohne den Charakter der Siedlung jetzt vielleicht grundlegend zu verändern, den ja viele mögen? Und das eher als Bestandsthema zu sehen und nicht immer, ich will das neue, weiße Fertigteilhaus. Das ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Trotz dieser Forderung, als Sehnsuchtsort wird das Einfamilienhaus so schnell wohl nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden.